Wenn die ersten Kerzen brennen, werden viele Wünsche wach. Mir bringt der Weihnachtsmann einen Baukasten und einen Kramwagen. Ob Vati auch weiß, dass es die schicken Pullover im Konsum-Kaufhaus gibt? Ja, im Konsum gibt es die schönsten Weihnachtsgeschenke. Alles, was ihr besonders gut gefallen wird, alles, worüber er sich freut und viele, viele schöne Dinge, die Kinderherzen höher schlagen lassen. Sie werden gut beraten. Der Konsum erfüllt ihre Weihnachtswünsche.